In der Ferne ist die brennende Autofähre zu erkennen, auf der am Sonntag hunderte Passagiere vor der griechischen Küste eingeschlossen waren. Die Rettungsarbeiten auf dem Schiff rund 80 Kilometer nordwestlich der Insel Korfu liefen auf Hochtouren, wurden aber durch die stürmische See und winterliche Temperaturen behindert. Ein Sprecher der griechischen Küstenwache gab in Athen einen Zwischenbericht der Lage. Von den 478 Passagieren und Besatzungsmitgliedern sind bereits 150 Personen in ein Rettungsboot des gefährdeten Schiffes gelangt. 42 von ihnen sind sicher an Bord des nahen Containerschiffes Geist von Piraeus gegangen. In der Gegend herrschen extrem ungünstige Bedingungen, starke Winde in Kombination mit Hagel und Regen. Der griechische Schifffahrtsminister Miltiades Varviziotis zeigte sich hoffnungsvoll, das Schlimmste zu verhindern. Wir tun alles, was wir können, um die Menschen an Bord zu retten, und niemand wird hilflos in dieser harten Situation zurückgelassen. Es ist eine der kompliziertesten Rettungsaktionen, die wir jemals unternommen haben, und sie erfordert eine Zusammenarbeit verschiedener Einsatzeinheiten. Glücklicherweise befinden sich ausreichend Schiffe in der Nähe, sodass wir optimistisch sind, genug Kräfte vor Ort zu haben, um die Leben der Menschen zu retten, die wir in keinem Fall noch mehr gefährden wollen. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. An Bord der Fähre Norman Atlantic sollen sich Berichten von Augenzeugen zufolge dramatische Szenen abgespielt haben. Nach offiziellen griechischen Angaben befanden sich auch mehr als ein Dutzend Deutsche an Bord der Fähre. Das Auswärtige Amt bestätigte ebenfalls die Anwesenheit deutscher Staatsbürger.